Hallo, was geht's, liebe Leute? Ich bin's wieder, euer Crush for the Freak, Edyneine. Ich begrüße euch herzlich zurück zu Super Mario Bros. Wanda. Ja, die Hälfte geschafft, so sieht's aus. Unsere Reise durchs Völkchengebirge geht hier weiter und ja, das ist unser nächster Bereich, den es hier... ...besteiten gilt, aber hier ist auch noch was. Das perfekte Timing, hm. Jetzt sagen wir, wir fangen damit an und, ähm... ...über den L-Knopf kann man hier nochmal sich die ganzen Level angucken und die ganzen Collectibles, weil was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass hier bei der Vorschau nur die Wunderfrüchte gezeigt werden, aber nicht auch noch die ganzen lila Münzen. Na gut, dann mal los. Das perfekte Timing. Im Rhythmus springen. Dann mal los. Äh... Das war schon mal nicht gut. Ja, und deswegen gibt's hier nur den normalen Exit. Ja. Von da oben. Achso, Level beendet? Oh. Okay, ja. Ich hätte es bis zum Ende schaffen müssen. Also, Level gilt als beendet, aber... ...natürlich unvollständig. Ganz klarer Fall. Also, dann nochmal. Das Ganze... Das Ganze... Das Ganze... Diesmal aufpassen. Ja. So, aber ein bisschen beeilen, weil sonst... ...wir müssen wir noch zu schnell hier... ...also, sonst, äh... ...wenn die Plattform hinter mir noch, äh... Oh. Ja, wieder verschwinden. Oh, shit. Okay. Oh, rock. Jetzt muss ich etwas schneller sein. Yes. Oh, shit. Nein. So, ich habe alle lila Münzen, aber mir fehlt... Ah. Kann er nochmal zurück? Ich kann nochmal zurück, aber kann ich es nochmal probieren? Ja, ich kann es nochmal probieren. Dankeschön. Spiel. Ich habe also noch eine Chance. Zumindest ist das mit den lila Münzen schon erledigt. Okay. Oh, das war schon ein bisschen zu früh. Fast schon. Oh, nein. Oh, shit. Nein. Ach, come on. Ah, immer kurz am Ende. Jetzt weiß ich, warum es den... ...so einen hohen Schwierigkeitsgrad hat. Wenn es nochmal verwendet wird, nur in noch schwieriger Form einer Prostmahlzeit. Das kann doch was werden. Auf dem Finallevel bin ich auch schon gespannt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So, let's come on. Immer gut zielen. Oh, fuck. Oh, shit. Ah. Nein. Oh, come on. Boah, da muss man wirklich so extrem überpräzise sein. Einfach nur krank. Das fängt immer noch so langsam erstmals an. So, come on. Oh, come on. Ein Ziel. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Huch, geschafft. Ja. Jawollski. Aber Das war ein nicer Level Der wusste auch zugefallen Okay Oh, wo geht's denn jetzt hier lang? Abzeichentest Profi für Sprungfeder Okay Sprungfeder Abzeichen Alles klar Durchhüpfen vorwärts Und kannst höher als gewöhnlich springen Okay, höhere Sprünge Okay Man bewegt sich die ganze Zeit hüpfen Das ist ja wie bei Den Sprungfeder Power Up von Mario Galaxy Oh Oh Oh, nee Oh Okay, man kann auch noch den Wirbel einsetzen Ja, gleich Ich muss jetzt mal Oh, nein Uff Shit So, jetzt war Ja, ich weiß Oh Shit Nein Ah Es gab immer einen Checkpoint, aber Oh Shit Ah Okay Habe ich alle drei Münzen Das habe ich jetzt auch gerade nicht festgestellt Aber ich glaube, ich habe sie alle Das Timing muss natürlich auch noch sitzen Was mir diese Sprungfeder betrifft Und es geht wieder weiter Nein, lass gut sein So Ja, wir haben alle Münzen Gut, dann So wartet uns hier Oh Wie können wir den Spezialwert reißen Und dort den nächsten Spezial-Level bestreiten Machen wir das mal Wölkchen Spezial-Level bestreiten Nächtliche Rhythmen Oha Na, da bin ich mal gespannt darauf Okay Es geht von vornherein los Dann mal los hier Oh No Oh Oh Shit Oh Gott Ah Muss ich dafür das Sprungfeder anlegen Oder Vielleicht hilft das nur damit Ich glaube, nur damit klappt das Oh Oh Shit Oh Oh Shit Nein Oh Fuck Okay Also da haben wir wieder was Heftiges vor uns Nein Halt doch an der Wand fest Ach, verdammte Kacke Hm Vielleicht braucht man die Sprungfeder auch nicht Vielleicht geht's auch so Können wir es mal probieren Oh Ich bin ja hoffentlich nicht zu schnell hier Nein Ach Come on Da verpasse ich die Münze Ich bin nur froh, dass die Erste Gesammelte bereits gespeichert bleibt Aber Wenn ich heute dann hier fehle, dann Ach So wie jetzt Dann wird mir das nichts mehr bringen Ich heiße mal, dass ich hier eher Game Over gehe Zum ersten Mal Ich weiß nicht mehr Ich bin nur froh, dass ich hier habe, dann kann ich auch mal sehen Ich bin nur froh, dass ich hier habe, dann kann ich auch mal sehen Oh Uff. So. Jetzt aber schnell hier. Oh, okay. Oh, no. Oh, nein. Oh, mein Gott. Nein, come on. Das war jetzt gemein. Wie soll das denn so schnell gehen? Und gleichzeitig auch noch die Münzen einsammeln im First Try. Puh. Die verlangen wieder was. Und irgendwann habe ich sie jetzt hoffentlich. Gott, Mann. Ach. Muss man überprüfen. Ja, ich habe sie alle. Ich muss es jetzt nur noch schaffen, hier die Wundersamen zu kriegen. Ich muss es nur noch bis zum Ends Level schaffen. Ach. Oh, je. Soll ich dafür auch nicht zu schnell werden. Nein, come on. Ach, leck mich. Das erfordert wirklich höchste Konzentration hier. Das Feuer war nur zum Aufwärmen. Oh, shit. Oh, shit. Das war so blöd. Man. Jetzt habe ich mich dadurch ablecken. Lass nicht. Depp. Ich muss es konzentrieren und keinen Fehler mehr machen. Ja. So, jetzt einfach nur schnell sein, hier. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, no. Nein. Wow, was? Das wird immer schlimmer. Oh, Gott. Alter, bald. Geh mir die Leben aus. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, jetzt habe ich schon vermasselt, ja. Oh, shit. Ich könnte es noch schaffen, wenn ich jetzt hier schnell bin und auch nicht hier irgendeine Scheiße baue. Ah. 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 Endlich geschafft! Fantastisch! Ja! Oh Mann! Das war wieder Adrenalin pur! Und das schon zu früh! Ich möchte nicht wissen, wie der in der schlimmsten Level sein wird! Gut, das wäre mein geschafft! Damit kommen wir zwar in die Mitte wieder, aber noch können wir den Level nicht bestreiten! Da fehlen uns noch zwei Stück! Hm! Ja, bei ihnen kann man noch Aufsteller kaufen! Aber ich spare mir jetzt erst mal das Geld für weitere Wunder! Äh, ne! Ich werde es schon schaffen, irgendwie! Für weitere, äh, Wundersamen! So! Dann mal zurück zum Wilkinggebirge! Dann machen wir jetzt mal wieder etwas einfacherer Level! Und dann haben wir das auch schon geschafft! Hier zum Beispiel fehlt noch ein... Vielleicht muss ich das auch noch nachholen demnächst! Das werde ich auch demnächst noch tun! Dass ich am Ende des Levels, äh, jeweils die goldene Fahne, äh, goldene Fahne noch erreiche! Vielleicht, äh, sind die auch für die 100% notwendig! So! Aber erstmals hier... Von Pfahl zu Pfahl! Hm! Nehmen wir diesmal den Fallschirmmütze wieder, oder... Äh, den Klimmsprung! Dann mal weiter! Und hier ist wieder... Blasen-Action angesagt! Oh, das lässt mit der Zeit dann wieder nach! Okay, verstehe! Ähm... Oh! Hier! Okay, der Kuba-Panzer war notwendig! Und man kann auch da... ...rauf, äh, klettern! Es wird darauf rumkraxeln! Hm... ...druck! So, dankeschön! Hm... Hm... Wieso hat er sich nicht festgehalten? Okay, jetzt so. Ich hab da nicht noch rumgedrückt, oder was? Hä? Komme ich denn... Oh! Oh! Okay! Hm... Ich hoffe, nur da oben ist... ...nichts! Ich würde das nochmal überprüfen hier. Man weiß ja nie... Ah! Ach, verdammt! Ich hab vergessen, dass die Roten immer oben drehen am Rande! Die sind nicht wie die Lemming... ...wie die grünen Lemminge! Okay, jetzt aber... Das war die zweite! Das war die zweite! Immerhin! Oh! Hm... Okay! Okay! Scheiße! Ach! Das konnte ich nicht mehr vermieden werden! So, bevor ich noch hier draufgehe... Hm... Ach, verdammt nochmal! Okay! Ich meine, war das hier... ...hat das hier zum... ...letzten... ...großen... ...zuletzen großen Münzen geführt! Hm... Kleine Münzregen am Rande noch! Hm... Kommt da immer... Da kommen welche raus! Oder... Nein! Da kommen welche raus! Oh shit! Oh man! Was ist eigentlich hier oben los? Hm... Na komm! Ruck! Jetzt war... Oh! Dieser Block sieht anders aus! Oh! Ja, kein Wunder! Oh man! Voll die Kletterpartie ist jetzt angesagt hier! Okay! Oh! Ey! Geh da doch hoch, Mann! Ich hoffe nur, das fällt nicht mit der... ...er geht nicht... ...er zieht sich nicht wie der Zeit wieder ein hier! Okay, do, okay! Ey, was zum... Okay! Oh! Hier alle erwischen, bevor sie verschwinden! Yes! Baby! Der Wundersame ist unser! Bingo! Okay, do, okay! Willkommen zurück! Willkommen zurück zu Let's Play! Super Mario Bros. Wunder! Naja, die Münzen haben ich komplett verfehlt hier! Perfekt! Na, das war doch wieder was Feines! Oh yeah, Baby! Alles klar! Erfolg ist Erfolg! Oh! Stopp! Machen wir das nochmal! Verschnaufpause über den Wolken! Ich mein... ...wer man es überhaupt noch Verschnaufpause nennen kann! Also! Sammle die Dinger ein! Vorsicht! Oh shit! Oh nein! Bleib bitte oben! So, schnell! Oh, okay! Ja, nice! Oh, hat er sich hinter den Wolken versteckt, hm? Hallo! Hallo! Und tschüss! Läuft einfach super! Hm? Was mach ich denn nur? Was ist denn los? Oh, krass! Weg, der hier führt wieder wandern, da bin ich aber erleichtert. Wurde mich blockiert, dass ich gerade hier angekommen war, seitdem ich hier sitze, ich hier fest. Und der Weg weiter nach oben ist auch blockiert, das ist echt der Gipfel. Ja, kapiert, weil... Ja, ja. Apropos Gipfel, wäre echt schön, wenn ich wieder hinkäme. Vielleicht sollte ich den Ausflug zum Gipfel einfach aufgeben. Ich mach das schon. So, was ist jetzt hierhin gesagt? Kampfpartie-Würkchen-Arena, es war einfach nur Gegner dabei bashen, ne? Kein Problem. Ähm, ja. Vielleicht das hier, weil damit kann ich die Gegner... Damit kann ich die schnell eigentlich bezwingen. Ich glaube, ich bin Blase. So, jetzt aber schnell! Äh, ja. Ja, so viel dazu. Mann, diese Wolke! Ey. Oh, Ruck. War ich überhaupt schnell genug jetzt hier? Es geht ja wieder auf Zeit, das Ganze. Okay. Schnell Fluxi-Wux weiter. Na mach schon! Derzeit Herausforderungen. Ja, einfach hier. Der Wolke auf sie drauf. Aber schnell, bevor die Wolke wieder nachlässt. Es ist wie die Lakitu-Wolke vom ersten Mario-Spiel. Na, komm! Oh nein! Gleich ist sie! Okay, passt. Das hätte besser laufen können. Okay, Hammer Bros. Oh, shit! Na, toll. Ein Treffer noch und ich bin dort! Wow! Ich werde bei einer in den nächsten Hammer reingelatscht. Okay, so viel dazu. Geschafft ist geschafft. Beeil dich! Und? Habe ich es geschafft? Leider nicht. Innerhalb von 70 Sekunden, also bis zu 70 Sekunden hätte ich maximal brauchen dürfen. Na schön. Probieren wir es nochmal ganz schnell. Wir wollen jetzt schließlich auch die letzte große Münze haben. Ich nehme alles, was du hast. Wowi, sawi! So, jetzt war. Diesmal läuft das besser hier. Ich muss das anders angehen bei diesen Wolken. Die sind halt leider Gottes... Ein bisschen ein Problem mit diesem... Der Tatsache, dass sie hier... Auch zusätzliche Spuren hinterlassen, die mir noch wehtun können. Oh. Das wirkt bei den Großen nicht. Okay. Aber passt schon. Ich war ja hoffentlich schnell genug. So, jetzt aber... Weiter, weiter, weiter. Nicht aufhalten lassen. Wow, wow, wow. Na komm schon. Ach, was sollte das denn jetzt? Nein, das hat mir jetzt extremst viel Zeit gekostet. Nein, triff sie doch. Come on. Geht sie das überhaupt noch aus? Okay, jetzt aber schnell. Hammerbros. Ohne Rücksicht, auch Verluste besiegen. Vielleicht auch die Hammers abwehren? Nö. So, come on. Oh, das geht sich aus. Wir schaffen es. Ja, Baby. Das war wirklich mehr als nur ein neuer Rekord. Okay, liebe Leute. Im nächsten Part geht es dann wieder weiter. Und wie immer geht, wenn es zu gefallen muss, seht es bestimmt, wenn es als Dams ab und Kommentare nicht vergessen. Dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt. Und klickt wieder rein. Oh ja. Crush for the Fick it in ein. Bis zu diesem Part von Let's Play. Super Mario Bros. Wunder. Also wiedersehen. Und ciao, Leute. Bis zurzeit. Bis zurzeit. Bis zurzeit. Bis zurzeit. Bis jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020